...meisterschaften, im letzten Jahr in Tokio hat die deutsche Meisterschaft keinen Faktor, keinen Tourer, keinen Abgang gehabt von diesem Gerät und dementsprechend dieser tolle sechsten Platz auf eine tolle Leistung am Zittergerät Spielweinung zu verdanken. Die Wettung für Elisabeth Seitz, 14,40 Punkte. Letzte Tourerin an diesem Gerät heute, Osana Giusevitina Elisabike. Die Wettung für Elisabeth Seitz, 14,40 Punkte. Die Wettung für Elisabeth Seitz, 14,40 Punkte. Die Wettung für Elisabeth Seitz, 14,40 Punkte. Applaus 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 Applaus